Die Deutsche Tierrettung ist der Krankenwagen für Haustiere. Wir sind 365 Tage im Einsatz, Tag und Nacht, auch an Feiertagen. Wir decken fast das komplette Ruhrgebiet ab, den kompletten Niederrhein und sind bis ins Rheinland tätig. Unsere Sanitäter sind alles tiermedizinische Fachangestellte. Wir haben zeitgleich immer drei Sanitäter im Einsatz, sodass wir auch alle Gebiete abdecken können. Unsere Kunden sind Haustiere, das heißt Hunde, Katzen, Hasen, also Nager, Vögel und sogar Reptilien.